Weiter geht's mit dem bestehenden Let's Play auf dem Kanal der T-Gamer, jetzt pass auf, jetzt pass auf, Mario Kart melden, schwuchtel der Luz gegen den größen Lappen, den wir alle hier kennen. Ja, der größe Lappen ist nicht am Start. Sag mal hallo. Ähm, tschüss. Tschüss. Nee, Spaß, ich sage natürlich, hallo, meine Lieben. Und willkommen zu einem neuen Beauty-Video. Ja. Und ich bin Knochenbowser. Ja, ich bin Knochenbowser. Und ich bin Knochenbowser. Und ich bin Zweiter. Und ich bin Zweiter. Mach auf, hier. Alter, ich bin gerade, ich bin gerade, Alter, Sechster. Ja, ich habe dich abgeschossen. Siebter, Achter. Ich habe dich abgeschossen. Königspilz leckt mich. Ich bin Knochenbowser. Ich bin Knochenbowser. Ich bin Knochenbowser. Also, ich bin Achter. Ah, jetzt überholen mich alle. Vorher weiß ich gerade weiter. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Ich wollte die Abrissung nehmen. Wo bist du? Ja, siebter. Ich habe einen Stern. Oh, oh, drei Pilze und Stern. Kugel, 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 neunter immerhin. Genau, genau. Nee, Achter bin ich schon geworden. Leute, beste Rennen. Beste Lachs-Sorte. Ja, eindeutig. Ich kann mich nur empfehlen. Da fahren welche Rückwärtskumpf auf die Kante. Was? Laufen. Leute, dieser Part ist der Part der Rückwärtsfähigkeit. Vergesst den PP, Leute. Ja. Ich habe den Schutzengel von Mario Kart 8. Deluxe. Deluxe. Krebs. Ich habe Stern. Ich habe Stern. Blitz, hallo. Blitz. Blitz. Da ist er. Nein, toter Panzer. Goldpilz mit Fünfter. Leute, ich bin Sechster. Leute, ich bin Siebter. Leute, ich bin Netzster. Ja, guck mal, wo die Ersten sind. Ich bin tot. Ja. Was hast du gemacht? Beim Runterfallen kommt der Blitz. Ich gebe ein. Nein, bitte. Nein. 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 Die Besten werden eh im Süden. Let's don't fall in Stadt. Gefühlt. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Das kann kein schlimmerer Partner werden hier. Es wurde Pepe's Strecke ausgewählt. Bedeutet, Pepe wird Letzter und ich werde Erster. Und dann passt es. Und in mein Herz sie kommen zum weiteren Rennen von Mario Kart 8. Und ein Part 3 gegen Pepe. Ciao. Ich könnte so viel, ich könnte so viel einbinden mit Pepe's Face, Alter. Aber dann wird gemeldet. Scheiße. Warum muss genau jetzt meine drei Pilze weg sein? Warum hat der einen Stern? Weil ich kein Pästchen bin. Warum hat der einen Stern? Ja, der hat der durchspielst, ne? Und ich fange mir meine Banane. Hab mir abgeschossen. Werd nicht abgeschossen, weil ein Bug. Ja, okay. Leute, komm mal her. Wie das aussah gerade. Wie Pepe, wie Pepe. Ja, bei mir aber auch. Komm mal her. Kugel Willi! Ja, ja, genau. Komm mal her. Komm mal her. Ich habe dich überholt, dann habe ich Kugel Willi gehabt. Jetzt kann ich alle überholen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Jetzt, gute Items, gute Items. Kugel Willi! Fahr, fahr! Ich wollte Pepe. Ich wollte Pepe. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ich habe die Kamera umgehört. Ich habe die Kamera umgehört. Das ist ein Wisch. Das ist ein Wisch. Round 4. Fight! Stinken tut die nicht unter Käse und nach Tobi. Dann habe ich gerade ein Lame überholt. Das finde ich gar nicht okay. Jetzt wird er hier herangenommen und er wird richtig in die Löcher hineingesteckt. Zumindest sein scheiß Hyrule Bike. Ich mag MK8. Bruh. Ja, come on. Das ist ja nur noch Kriege. Donkey Kong gegen Gold Mario. Der Panzer, der hinter mir hat immer rote Panzer. Donkey Kong gegen Gold Mario. Wer wird gewählt? Gold Mario natürlich, wie Gold Mario. Und Gold ist geil und Gold ist teuer und Gold ist Beste und Gold bringt immer was und Gold ist immer noch geil und ich habe drei Grüne und ich werde es Pepe kurschen damit. Du bist schon gekommen. Und da ist ein Stachel. Hallo. Ich auch. Ich auch. Jetzt kommt ein Blitz. Bitte, please. Ja, bitte. Bitte, please, please, please. Also, es war gerade... Ja, der Kugel-Video hat bei Förder auf. Ja, und warum ist Pepe so weit vorne? Alles klar. Jetzt kommt ein Blitz, wenn ich Stern habe. Größtes Pech, EU-Süd. Da tobe ich mir da. Jetzt mache ich die nächste Anmoderation für das nächste Rennen auf den Königischen Rennpiste. Aber ich wollte doch was sagen. Was wolltest du denn sagen, mein Kind? Das Pepe stinkt. Er wollte gerade sagen, dass Pepe, Aka, Beste, die stinkt. Aber okay. Ich habe Pinsen. Ich mache auf der Karte. Er fährt rückwärts. Was machst du? Was machst du? Du bist Bowser Vasio, oder? Wieso fährt man Bowser Junior? Ich bin nicht Bowser Junior. Hä, wer dann? Ich bin der Stern Mario. Boah, die Bombe, die war extrem gut. Aber ich hatte ja Stern, von daher. Scheiße, falsch gedriftet. Aber ich habe zum Glück noch ein Stern und drei Pilze. Der hat auch Sternwitsch. So geil. Ich habe so Lach und da fällt der runter und ich fahre weiter, ohne Probleme. Nee, ich fahre nicht runter. Ich hatte Lach. Albon, Albon. Drei Pilze. Ich auch, ich auch. Feuer. Erster, erster. Schieß noch Pepe ab. Jetzt werde ich noch ab. Nein, ich hatte noch ein bisschen. Nein, 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 nein. Leute, ich wurde hart, warst. Nein, toller Dude. Blitz, ich werde auch dritter geworden, aber nein, ich musste dumm meine Feuerbälle wegschmeißen. Oh mein Gott, nice. Es war eine richtig gute Runde. Also, ob ich noch Bock auf das Spiel habe? Nee, ich glaube nicht. Also, es ist jetzt Spacey abendet. Das neigt da. Hau dran. Auch von mir, danke, dass ihr dabei wart. Danke für die tolle Dislikes. Ja. Danke für die tolle Unterstützung. Danke, grüßigen raus an den guten Michi. Die ganze Zeit hier drei Dislikes unter jedem Video von mir verteilt. Und hoffentlich machst du diese auch hier wieder. Wenn du es nicht sofort auffällst, dann bin ich in den Dislikes. Ich weiß, wo du wohnst. Das ist Tracking Michi, oder? Und das Tracking Mark hat auch der Wettflug. Das ist Tracking Michi, der keine Sau kennt. Irgendwie kotze ich hier gerade meinen ganzen... Eine Frage, warum bin ich eigentlich die ganze Zeit Elfter? Irgendwie kotze ich hier gerade meinen ganzen Hals raus. Warum bin ich die ganze Zeit Elfter? Ich verstehe es nicht. Ich bin Achter. Die ganze Zeit. Auf der Memphre habe ich immer Pech. Ich kann nie gut werden. Just bebe. Jetzt hat er auch Pilze. Das gibt es nicht. Ja, mir wird wieder geklaut. Ja. Jetzt habe ich schon wieder neunter. Das kann nicht sein, dass die alle so gut sind. Ja, vier Pilze. Was mache ich mit vier Pilze? Nein, nein. Junge. Junge, was wir hoffen auf vier. Und nochmal abgeschossen werden. Leckt mich. Ich habe Pech. Ich habe Pech. Ich habe Pech. Ich habe Pech. Ich bin in der Partizie. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr, Leute. Leckt gleich. Ne. Leute, Achter. Leute, ich war Zweiter. Leute, ich bin... Leute, ich war... Der ist neunter. Der ist neunter, Leute. Der scheint. Was machst du? Wer hat es euch gefallen lassen, Leckt? Ähm, ich habe jetzt... Nein, noch ein Rennen. Kein Bock mehr. Haut rein. Warte um den Tag. Ciao. Ciao. Haben wir noch ein Rennen, oder? Nö. Ach, nö. Ja, keine Bock mehr. Instrumental war es. Komm, please. Noch ein Rennen. Ja, sag ciao. Ciao.